Heya! Willkommen zurück zu The World Ends With You! Zur Fortsetzung! Wie ich spiel's, bin ich zum nächsten Tag. Letztendlich wieder einen weiteren Tag abgeschlossen und können weiter machen. Also würde ich sagen, wir setzen fort, mit Continue. Gegen Shutdown PP's von 5 Tagen ungefähr. Und das sind ungefähr 277. Wo sind die 277 PP's? Und ja, da haben wir jetzt noch 4 days left. Where am I? Ja, wo sind wir denn diesmal? Keine Ahnung. This is underpassed by Miyashita Park. That's an unusual place to start. Huh? Where is beat? What's he doing over there? Keine Ahnung. Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Ugh! Waaay! Beats got to keep him! Gucken wir hier in meiner Ruhe. Ah... Der ist noch nie so weit gekommen, aber das spielt keine Rolle. Aber den nur mit Fett und Fettig machen sollen. Der geht auch nicht weiter. Der ist schon relativ weit. Ob das reicht, weiß ich auch noch nicht. Und ja, eigentlich die meisten. So. 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 So, ich bin einfach mal um auf Deck 1. Warum immer! wie ich das jetzt mache? Das würde ich auch mal gerne wissen. Kann ich auch mal sagen. Aber... Naja, ich will das halt so machen. So. Ähm. Ja. Das war. Hey! Huh? Waaah! You already? Ball ready? So it seems... Weird place to start stay, huh? Hm... Right? Huh? Oh! Yeah, yeah! Speaking of words... What's gotten into him? EIT! Uh-huh! Uh, what was that for? Time to give Lobby Pop a licking! And get wine back, yo! Um, let's make your phone! That wine when the stress of the beat is... And... Uh... She in this anstecker steckt... And we want to get back... Yeah, you said it! From the way Lollipop... Wait... Career was it? The way he was talking... We gotta beat him today! Yeah! Just be ready, phones! Lollipop is one tough customer! Oh, come on! He's just another Reaper! I've already beat two Game Masters! Remember? Nay, man! Career skills puts him to us to shame! He's only a small fry... Cause he likes it that way! Yeah... They were talking about that... Trust me! He ain't gonna mess up like Pinky did, yo! Hmm... Wait... Are you worrying about me? Huh? Who are you? And what have you done with beats? Hahaha! Nay, man! I was just saying we gotta be resistant! We are the Composer, not Korea! Vigilant! And is the Composer that strong? He's gotta be, right? How is he gonna keep slow trunks like Shades in line? All I'm saying... Is we ain't gotta get a better man up than Korea! So let's take him down! Rescue Rhyme! Ein sein... Bukitu Superior River! It won't be that easy! Well... You better man up, yo! Cause we got a fine lollipop! Let's start and scramble! If the GM was right... Beats only got two more days after today! Was gar nicht reicht! Was gar nicht reicht! Was gar nicht reicht! Oh! Oh, dammit! Freaking wall! Now, where is it keeping? What? Waaah! It's... It's gone! The keeping is gone, man! Gone! Then we are trapped in here! Us! Here! Of our places! What do you mean? Nothing, eh? Hmm? Crap! This complicates things! How do we... Open the walls without a key? Think! Think! Yo! You know when I woke up! That was lying next to me! Oh! Hmm... Well... Thanks for mentioning! What is it? A box? What's inside? I couldn't get it up, man! I tried smacking the button on the top, but... Are you crazy? What if it was a trap? Yo! You show me a button and I wanna push it, right? I think they designed trap stakeses with you in mind! Shut up, yo! Least we know the button don't work! Press it, and this weird voice comes out! Oh yeah? Wrong... Layout reset! Now what does it mean? No... No... What does it mean? No... What does it mean? Yeah... Natürlich! We got mail, yo! See you at Tower Records! Key's in the box! This mail? It's from Korea! I have even full of my stummel... Full of my stummelmel... I will! So... The key pin is in this box! That sneaky bastard! How am I supposed to open it? Hmm... If the box stays wrong... Then it must be right! We need a clue! Hmm... Hey! What's that piece of paper? Yeah! They was lying all over the place! Let's check it out! I will hang onto the box, yo! You tell me when to push the button, eh? Uh... Talk the beat! When you want to push the button! Just stand still for a moment! And you can talk to him! Oh, in here! Huh? Hmm? Huh? Hmm... Flowers! Was an accident here? Hmm? What is he talking? Oh, that's um... Why was that? Why was that? Nothing... What's up with this piece of paper, yo? Oh, this marking is supposed to be nice! This symbol looks familiar, yo! Hello? Yeah! Cause... It's on the box of yours! Huh? Why? You're right! Sing the first connection! I am sure I am not sure I am unsure We are not sure Because of this blame here there is an accident There could be an accident Maybe... Or... Hopefully... Vielleicht Maybe... 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 Because... Both are in the same way To the same time gestorben. Das könnte auf Unfall hindeuten. Yo, check this piece of paper. These markings look like noise. There's a picture of his son, too. What does it mean? You see this piece of paper, man. Figures that mark is noise. There's a picture of the moon, too. What does it mean? I'm sure that the sound symbols are here. Do you see the sounds here? If I go here in the middle, it's probably 4. Yes, yes, indeed. Okay, 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 before we do something, let's eat something. Ehm, a little bit of angriff to improve. Actually, we need to improve the separation. But, a bit of separation is more important. We need to do it so. So, wait, we had forgotten it. Okay, machen wir mal so, ich vermute wie das gehen soll, wenn ich dachte man alle, dass man die zwei ernst auslösen muss, die ausgelöst sind. Okay. Das klingt gut. So. Okay. Oh ja. Oh. 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 Okay, auch herbe. Das klingt gut. Oh. Oh. Wow. Oh. 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 Und den auch, sehr gut. Scheiße, was hat das funktioniert? Ich beat die Kombo nicht so hoch, das ist das Problem was ich mal habe. Okay. 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 Easy. Okay. 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 Easy. Okay. 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 So, geht doch noch gut. Ah, hier habe ich noch zu viele Pins übrig. Aber geil, so viele. So. Das wollen wir auch nicht mehr. Ja. Okay. Jetzt wird es ja nicht gehen. Jetzt wird es ja nicht gehen. Wo kann ich da? Jetzt kann ich den Klopf drücken. Oh ja. Oh, lass mich mal. Es ist push time. Press button, press it. Okay. Okay. Here go. Here goes yo. Careful when you push it. Me? One layout with that. Watch the playing headphones. Don't get pushing the button without thinking. Be smart. What that? Coming from you? Ja, du bist doch eigentlich gerade der hellste, ne? Okay. Jetzt machen wir die beiden. So. Oh ja. Okay. I'm digging it. I'm digging it. I'm digging it. Yeah. Have some more. I can't. I got this. Yeah. I'm digging it. Okay. I got this. I'm digging it. Get down. Not bad. I was going on, you know. No. Okay. Watch yourself. I'm digging it. I got this. I'm digging it. Be careful. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. They were doing it. So I'm digging it. Yeah. I'm digging it. Huh. Do you want to do it? So do you want to do it? The damn Misfie. Yeah. I got this. But I'm digging it. Yeah. Yeah. Come on. And the only thing that I did, So. Okay. So, who's next? Haben wir erwischt? Na toll den Jön. Mach mal hin. So. Okay, haben wir die Opfen-vieh erwischt hier. Ah, den. Er ist Lord of the Goons. Das Empire Penguin often turns up with Electro Popkins in tow. Aha. Okay, aber hilft mir jetzt nicht weiter. Hat mir nicht weitergeholfen, aber, naja. Na ja. Na ja. Na ja. Oh, lemme guess. Is it push time? Press the button, press it. Okay, here goes, yo. Careful when you push it. Me? Correct. Box unlocked. What? Oh, ja. We did that, Thrones. We? Okay, box unlocked. I will take it from here, yo. Sweet, a keypin. Okay, let's hurry to Tower Records. Damn it. Not yet, man. This is a level one keypin. It won't open the way to the Record Store. But we could get into the Miyashita Park Area. Well, no point in staying here. Let's see what we can find over that way. Hey, follow me, yo. Let's go. Uh-hoo, let's hurry. Yo, we don't have the keypin for this wall. Let's head for Miyashita Park. Okay. Hey, it opened! Let's move! Good. Where you at, Lollipop? Come on out! Hey, wheel it in. He already said he's over by the Record Store. Whatever, yo. He can't hear me. I shout loud. Ah! Come on! I can't stand sitting around here! I know, settle down. Is it a dream? What got him so upset today? Did something happen? I wasn't. Yo, phones! I see something over there! Okay, let's check it out. What have we here? Uh-huh. Another box! Again? Yo! I call Boxsolder! Just saying when you wanna push a button! Alright. Uh-huh. What's one, this? Yeah. Come on. He's gotta pay you. But somebody does it there, and team is well leading. Okay. You see... You see this piece of paper, man? This mark here must represent noise. There's a picture of a moon, too! Mm, just like our new box. Yeah. Okay. What a nice thing! You see this piece of paper, and we're gonna eat it. Two more. Let's do it again. 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 So. What the hell? I'm digging it! Okay. I'm digging it! Dumbass! Okay. Halt weg! So. Oh, er misst! Okay! So. Am I here? So. Okay. Hey This is Lame. I got this. I'm digging it! Get out! Un honey! Ah! I'm not gonna fill us up! But we're here. What? You all right? Yeah! I got this! I'm digging it! Yes! Uh! Quick! So, yeah! 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 Ich kann es nicht. Oh nicht. Oh. Wir haben uns auch geschafft. Aber wir haben uns nicht angeschlagen. White Line. Aha. Okay. 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 Haben wir denn da für einen? Haben wir den hier sowas schon? Den haben wir jedenfalls schonmal. Die auch. Und mit dem hier? Was haben wir denn hier? Wild Line. Haben wir den hier wirklich schonmal? 199? Den gehen wir noch nicht mal weiter. Das haben wir doch schon. Ja klar, ist ja die Weiterentwicklung von dem hier. Den haben... Ne von dem. Den haben wir schon, ne? Den haben wir schon, ne? Gucken, haben wir den nicht so schon irgendwo? Ich meine mit schönen Sinn. Das ist ja, da ist ja die Wild Line. Hier haben wir schon. Dann brauchen wir doch nicht mehr. Kann also weg. Okay. Dann können wir nicht weg. Wie sieht's aus? Ähm... Ja. Der Neues Neues kennengelernt. Oder? Doch, den hier. Und zwar das Minimareno. The Powerful Hounds on these guys slow them down. Slip behind them and kick some Kayser. Das ist ja. Okay. Okay. Jetzt haben wir ja mal wieder was gegessen. Jetzt kann er aber noch was essen. Äh... Nochmal Angriff. Dann haben wir den Angriff erhöhen. Das macht ja mehr Sinn erstmal. Angriff ist eine bessere Verteidigung. Ja. Nehmen wir jetzt 4 oder nehmen wir nur 3? Weil eben so ziemlich kritisch, ne? Nehmen wir mal 3. Nein. Nehmen wir jetzt kein Risiko. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Dann schauen wir ihn hier. Oh Mann. Fängt wirklich gut an hier. So. Okay. So. Ja. Ja. So. Okay. Easy. Oh Mann. Das geht auch ganz gut. So. Okay. So. So. Sehr, der Block Ley for. So. 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 Okay. Okay. Be careful, man. Take this! Come and get it! I'm diggin' it! Quit arguing! That was nothing. Oh. I'm diggin' it! Okay. I'm diggin' it! I'm diggin' it! Oh! I got this! I got this! I'm diggin' it! I got this! Oh! Oh? Oh! I got this! I'm diggin' it! Uh! That's still a critter! Then we really need more Abwehr! So! Flyline! Aha! Aha! Super! I got this! I got this! That's another pin! And here! The Flyline! I got this! 200! It goes on! Aha! What have we got here for one? Ah! Per battle it goes on! That's practically! Aha! 2! What's that for? Patent the Space to fire a patenting bullet and protection! The Flick Knight and Contact! Aha! Did we need that? Did we need that? No! No! We don't need it! We're done! We can take this one! 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 What have we here for? What have we here for? There's the Wildline at this one! We know what we are already doing! 100%! Definitely! There's now a Popcorn! What have we got here for? What have we got here for? A new Kangaroo? Uzuki has the horns... He has a little bit of the horns... He has a little bit of the horns... Yeah... A little bit of a little... What do we want to say? And of course a new Kangaroo! There it is! The Two-Step-Boomer! This Kangaroo carries a baby in its pooch! And that joy packs quite a punch! Aha! Okay... I see... So... That's... So... Yeah... 100%! Because we only have the help! Okay... So... 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 uiuiuiui Haja Na Ok, uncondemn mit dem Wie 이건gär? Ok Na, hör mal herz! So Ey das ist wie doof da mit dem Angriff. Weg! Ja. Ok. Wir wollen auch nicht mehr. So. Aber jetzt wollen vielleicht. Machen wir mal. Bleib mal zu Beginn. So. Uh, was ist das denn? Der wird auch nicht geblicken. Liebling. Ha? Ach der springt doch heute wieder hoch. Ah ja. Aber er hat keine Chance. Ah. Okay. Aha. Ja. Ja. Der hat es wohl. Wie ist das? Zwei fehlen uns noch. Einen hier. Nett. Den brauchen wir aber nicht mehr. So. Nehm ich die anderen auch noch. Nehmen wir mal raus. Nehmen wir den nochmal. Nehmen wir mal raus. Nehmen den nochmal. Ja. 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 Die beiden. Dann drei hast du ja auch. Dann haben wir die auch. Ja. 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 Und priorstarter. Ja. aram. Einmal leftovers. Ja. N positions 용geben sind. Ja. Die fahren mans extra. I'm digging it I'm digging it I'm on I can't Take this I'm I'm digging it Okay Come on Get off Get off That was nothing So Was für Verkrennung aber Wenn das gegen die hier Die sind einfach so knacken Nein Uh Okay Verdammt So Weg So Alle anderen auch weg Hat er wohl gemacht da oben Okay Okay Nett So natürlich nichts passiert Hält uns eigentlich nicht wirklich weiter Da wir jetzt alles weg gemacht haben Aber Naja So So Wie ist denn aus Bei der Hälfte Der kommt vielleicht bald irgendwann mal Der ist auch bald soweit Ne Brauch noch Obwohl doch ein bisschen aufsteigen Ne Ein bisschen aufsteigen So Der ist auch bald soweit sein So Okay Ähm Ich glaube das waren alle Das war natürlich nicht der richtige gewesen Alle zu erledigen Das ist natürlich klar Aber Naja Natürlich klar Naja Oh You cyphered Press the button Press it Sure you got it right man You tell me you genius Correct Box unlocked Ach doch richtig What? Hey Very precious phones Why must have Had phones Ne Why must have Had her hands full Ja Okay Es geht tatsächlich auch Das wenn man alles auslöst Wie nur die Okay Okay Box unlocked Let's open it up I got this yo Cool Hmm Bwaaah Bwaaah What? There's a box in the box Man I'm sinking wrecking my brain My brain It's actually been sinking Hey Your turn phones I will watch the box Focus Focus I see There's a There are two There are three There are three There must have to be here No? A box in the box And here Yellow Shook this piece of paper Das Marking macht was wie Neues. There is a picture of the sun too. Just like our new box. Hm. Okay. Es gibt hier zwei, eine 4er Gruppe und eine 3er Gruppe. Bezieht das darauf, dass er nur eine mittlere erledigen müssen? Hm. Und hier auch welche. Aha. Moment mal. Gehen auch welche? Okay. Ich verstehe. Mach ich das Falsches? Ah nochmal an Angriff. Ah, das sind alle. Okay. Aber so wie der letzte mal machen kann, er ist nur noch HP. Okay. Ähm. Mal gucken was er jetzt erwartet. Ich bin gespannt. Aha, wieder die. was empfindet ihr possible? Wenn ja jetzt mal jemand den this individuell war, Ich lege das jetzt. Ich lege das. Ich lege das. Ich lege das jetzt. Ich lege die ein. Oh Okay Ich habe mir ein bisschen Okay Okay, voll abist Ach, haben wir ja der Whisky dabei Nein So So Okay So Okay Haben wir den Rad Fertig Das war so wichtig Wir wollen anderen hier, ne? Sollt ihr nicht weitergehen? War das nicht der? War das nicht der? Ach nee, per Mingle geht er weiter Ach so Ich verstehe, ah, ich verstehe, gut Per Mingle geht er weiter, weil wir den die Weiterentwicklung haben von dem Weil der geht in den Hauna Magnum Den haben wir ja schon Ähm Okay Den haben wir auch, den auch Ja Dann machen wir den Mit dem hier 119 109 In your mind What it's like And how it lies You want the right to revolution The right to get another portion Ah You know now is the time Get ready Um, dem Okay 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 Wir wollen wir nicht mehr hier Ja 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 Okay Ja 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 Also wenn ich mich jetzt auf Schwer schalten würde Was betrifft Wie betrifft das? Was? Wie beeinflusst das dieses andere Vieh? Dieses Känguru Auch nur 12% Ja Eigentlich ist es zu niedrig Ja genau betrachtet So Nehmen wir hier weiter